Was geht ab meine kleinen Ras, hier ist Rahim, ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim und seid hier auf dem krassesten YouTube-Kanal, den es auf der ganzen Welt gibt. Ihr wisst es doch ganz genau, denn keiner bringt täglich seit über fünf Wochen mindestens vier Videos raus. Es ist unfassbar, was wir hier treiben und machen und tun, aber ihr wisst, wir machen es für euch. Ja, denn ihr habt so viele Wünsche, wir kommen fast gar nicht mehr hinterher, wir kommen ehrlich gesagt gar nicht hinterher, obwohl wir vier Videos am Tag veröffentlichen, ja. Aber das Ding ist, wenn man diesen Kanal abonniert und dann vier Videos am Tag schon kommen, ich habe zwei Kommentare schon gelesen in dieser Laufbahn, seitdem wir das machen, die wirklich gesagt haben, Alter, ich habe dich der abonniert, weil meine Abo-Box einfach nur noch Videos von dir zeigt, da habe ich keinen Bock drauf. Es gibt andere, die sagen, gut, das finde ich aber geil und zwar 27.000 andere, 27.116, um genau zu sein, denn jeder Einzelne zählt und ich finde das mega, mega krass geil. Das ist unglaublich, was hier passiert. Ich sage immer gerade eine Zahl in einem Video und dann habt ihr wahrscheinlich das Gefühl, dass im nächsten Video dann schon wieder das Fünffache drauf ist. Ganz so schnell geht es auch nicht, aber es ist wirklich krass, was hier abgeht, auch auf Instagram. Ja, ansonsten, ihr wisst, ich hatte hier eine Aktion, vielen Dank, du bist dabei, eine Aktion gestartet mit dem Timer, der als Richtwert für mich gelten soll, weil sich wenige, aber welche beschwert haben, dass ich doch zu viel rede und es zu oft anhalte. Das wollte ich etwas einschränken, eben durch den Timer. Ich habe den jetzt mal auf, also zehn Minuten waren definitiv zu kurz, auch als Richtwert zu kurz, also ich stoppe natürlich nicht sofort das Video, wenn die zehn Minuten rum sind, aber so für mich auch einfach. Soll ich das mit dem Timer lassen oder warum ist der jetzt gegangen? Ja, der ist einfach nur als Richtwert, 15 Minuten, damit ich ungefähr weiß, ob ich jetzt hier wieder übertreibe mit der Analyse oder sonstiges. Aber ich möchte natürlich alles benennen und es soll nicht an der Qualität und Analyse hier irgendwie dann fehlen, nur wegen der Zeit. Ja, also entspannt. Also wir gucken übrigens Phineas, der Bruder von Billy Eilish, weil es sich so viele gewünscht haben. Er schreibt ja viele Songs zusammen mit und für und fast alle Texte habe ich jetzt irgendwie auch gelesen. Ich weiß nicht, was genau davon jetzt stimmt, aber er schreibt auf jeden Fall einiges mit Billy und macht die ganzen Produktionen. Wobei Leute, unterscheidet er auch nochmal, diese Songs schreiben bis zu einer gewissen Stelle produzieren, dass es alles gut ist, auch schon sehr viel Leistung, mache ich ja auch. Es gehört aber eben auch noch dazu, dass das Ganze dann auch noch mal editiert, gemischt und gemastert wird. Und das ist auch nochmal wirklich eine große, große, sehr, sehr wichtige Arbeit, damit das am Ende überhaupt so krass klingt, wie wir es hier überall hören. Und gerade die Billy-Sachen, die sind halt auf einem Level, da wirst du ja bekloppt. Das ist unfassbar gut. Also die Teams, die dahinter stecken, das ist nicht nur ihr Bruder, der vor allem die Mixung, glaube ich, macht. Bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er das nicht alleine macht. Das wäre auch viel zu viel verlangt. Das macht man nicht alleine, weil ein paar Ohren gehören da schon immer dazu, die da die Sachen auch immer kontrollieren sozusagen mit frischen Ohren, das auch hören können. Das ist auch immer ganz wichtig, ein ganz wichtiger Prozess. Also Credits natürlich voll und ganz für Phineas, für das Songwriting und so weiter und für die Produktion, klar. Aber er ist nicht, damit hat sich das nicht erledigt, dass er der Einzige ist, der in der Produktion drin hängt. So, nur mal so als Side-Note. iMessage Noise. Papieren. Schön, 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 schönes Klavier. Hier ganz besonders eben auch, dass das zwar nur das Klavier ist, aber es unterstützt dann auch schon die Gesangsmelodie an gewissen Stellen. Das macht halt auch viel aus in der Wahrnehmung, wenn man das hört. Wenn das Klavier dann plötzlich mal so eine Melodie dann eben zum Beispiel aufnimmt des Sängers. Wie hier jetzt. Okay, also ihr wisst, ich halte ja oft an aus Copyright-technischen Gründen, aber auch, weil ich das Ganze komplett hier weg analysiere und nicht nur React. Und ich höre das Video gerade, sehe ich zum ersten Mal und höre es auch zum ersten Mal. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass wir die Stimme eben nur Mono hören, also nur eine Stimme direkt vor uns. Aber jetzt ab hier kam dann dazu noch eine mehr. Ja, haben wir rechts-links noch Stimmen. Die singen unisono, also in derselben Tonhöhe, aber auf rechts-links gemischt. Ja, man hört ganz leise im Hintergrund auch eine Geige spielen, die sehr, sehr leise da so ein bisschen. So, go ahead and break my heart again. Leave me wondering why the hell I ever let you in. Are you the definition of insanity? Nein, nein, das ist eine Flöte, das ist eine Flöte, keine Geige. Oder am I, oh, it must be nice To love someone Who lets you break them twice You're so blue And you're still breathing Won't you tell me if You find that deeper meaning Do you Es klingt wie Streicher, was dazu kommt, aber ich bin mir nicht mal so hundertprozentig sicher. Think I've gone blind I know it's not the truth When you say I'm fine Geil, geil, geil reingearbeitet hier I'm fine Ist das billy? So go ahead and break my heart again Leave me Es müssten eigentlich Streicher sein, aber jetzt gerade war ich vorher, wo ich gesagt habe, Streicher so irritiert, dass es dann später wie eine Flöte klang. Ist halt auch sehr leise reingemischt und komplett auf rechts und links gemischt, aber Er singt jetzt sogar auch eine höhere Tonlage, noch eine höhere Harmonie hier drauf auf sich selber, die wir im Stereo-Feld auch hören. Why the hell I ever let you in Schön Are you the definition of insanity Das muss Kopfstimme sein Or am I Or it must be nice To love someone Who lets you break them twice Yeah, das sind Streicher, weil jetzt haben wir links nämlich auf jeden Fall, äh, es müsste noch, ja, viola, vielleicht ein Cello, ein hochspielendes. Ja, viola, violine doch eher, äh, dass da eben die, äh, Achtel spielt You were the one, but you were born to say goodbye Jetzt haben wir es rechts noch Schön, schön, schön Richtig schön, weil es am Anfang natürlich sehr schnell anfängt, äh, und dann sich so langsam immer mehr, also ein Instrument, äh, kommt da so ein bisschen rein, aber gar nicht mal so krass, dann sich alles ein bisschen dynamisch, also es ist sehr dynamisch aufgebaut eigentlich, es wird schon immer ein bisschen lauter und kräftiger, das Klavier spielt kräftiger, die ganzen Streicher kommen rein, sind aber sehr im Hintergrund gemischt, also super interessant. Er wird gar nicht mal so krass viel kräftiger und lauter, äh, mit seiner Stimme, aber dann eben abgeliefert. Ab hier auf einmal, äh, wird alles rausgenommen. Schön. Und allein nur deswegen, weil alle Instrumente auf einmal weg sind, weil er singt, von der Stärke her und allem singt er genauso wie vorher, ja, aber einfach nur, weil alle Instrumente da rausgenommen werden und dann wieder nur noch das Klavier alleine da ist, wirkt das halt komplett, äh, anders, ja, wirkt auf einmal wieder viel intimer. Genau dieser Wechsel. Genau dieser Wechsel. Hier könnt ihr auch super hören, dass, äh, Raumklang eben, äh, da hat mich schon wieder einer auf Instagram verlassen, gibt's doch gar nicht, ich hab gar nichts gepostet. Oder waren das die Nacktbilder von vorhin? Naja, ähm, man nimmt ja normalerweise so ein Stimmenstudio sehr, sehr trocken auf, möglichst trocken, äh, weil, ja, oder eben die Räumlichkeiten, wo man sowas aufnimmt, dann versucht man immer relativ ohne Raumklang, deswegen sagt man trocken, die Stimme aufzunehmen, um später mehr Bearbeitungsfreiraum zu haben. Und dann eben zum Beispiel Raumklang dann wieder hinzuzufügen, aber eben sehr gezielt den Raumklang, äh, dann kann man dann nämlich variieren zwischen, ja, das klingt jetzt wie ein Badezimmer, ein gefließtes, oder vielleicht, äh, eine Höhle oder eine Kirche oder ein Stadion, äh, und so weiter, und so weiter. Und man kann das dann einfach nochmal viel kontrollierter, äh, mischen und präziser setzen. Und hier, wenn ihr genau auf die Stimme jetzt hört, ja, es ist natürlich wichtig, dass ihr die Videos mit Kopfhörern guckt, wenn ihr keinen guten Kopfhörer habt, nur so HiFi-Kopfhörer oder vielleicht irgendwelche Apple-Dinger oder was weiß ich was, äh, und mal gute Kopfhörer kaufen wollt, kann ich euch natürlich die empfehlen, die sind unten verlinkt. Die kosten ein bisschen was, aber es lohnt sich, es sind die weltweiten Referenz-Kopfhörer auf der ganzen Welt, ohne Scheiß. Ähm, dann könnt ihr genau den Raum hören, der hier, der hier eben eingesetzt wurde, sozusagen, simuliert wurde. I didn't break my heart again. Ne, weil dann nach dem Gähn zum Beispiel hört ihr, dass ihr noch ein bisschen was nach, äh, klingen hört. Das liegt daran, weil das in einen Raum gesetzt wurde. I didn't break my heart again. Und das hört ihr vor allen Dingen eben sehr stark im Stereo-Panning, also rechts-links auf den Ohren. I didn't leave me wondering why the hell I ever let you in? Are you the definition of insanity? Or am I? Or am I? It must be night. To love someone who lets you break them twice. Krass. Wow, okay, krasses Teil. Super deep. Sehr schöne, 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 runde Nummer, Leute. Richtig geil, danke für den Tipp. Ihr habt das natürlich wieder in die Kommentare geschrieben und gesagt, checkt da mal was von Phineas ab. Ähm, ich hatte das schon jetzt ein paar Tage in meiner Liste, aber ich hatte so viele andere Videos vorher gemacht, weil die Liste natürlich explodiert mit euren Wünschen und Kommentaren. Äh, Leute, ja, mit dem Timer hat auch ganz gut funktioniert. Also 15 Minuten kommt, glaube ich, da schon viel besser hin. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit hinten raus. War jetzt natürlich von der Produktion eine simple Nummer. Deswegen konnte ich da jetzt nicht so viel, äh, sagen zu, aber, äh, ich denke, ich habe trotzdem alles benannt, was man da jetzt so, äh, für euch Interessantes benennen kann. Äh, schönes Ding auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Leute. Lasst mich wissen, ob euch das, äh, so gefallen hat. Ob ihr da was mitnehmen konntet, ob ihr da was lernen konntet. Und, äh, ja, zeigt mir das einfach mit einem Abo. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.